Hallo und herzlich willkommen. Das letzte Mal hat es geklingelt, da muss ich mich ganz doll entschuldigen, dass wir da so ein bisserl wie Mist gemacht haben. Ah, hier war das. Jawohl, 106 Leben haben die. Weil wir ja das letzte Mal wollten wir uns ja rächen. Dafür, dass die uns angegriffen haben, wollten wir sagen, hier guckst du. Es ist Zeit. Und ich überlege mir gerade eben, ob ich die einfach bloß killen soll oder ob ich da irgendwas besonderes machen soll. Schön haba haba machen. Vielleicht greifen sie mich nochmal an, da kann ich dann gleich zum Gegenangriff gehen. Das wär nicht schlecht. Was hat denn der hier? So, Nahrung sammeln. Außer du, du bleibst hier. Du sammelst keine Nahrung. Hm, 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 hm. Wir hatten ja das letzte Mal unseren Typikunden etwas... So. Wie war das jetzt? Hat mir ja ein bisschen verändert gehabt. Wenn ich mich jetzt noch recht entsinne, dass das die letzte Folge war. Aber neue Viecher möchten wir uns immer einfangen. Weil unsere sind Leute. Was machst du gleich? Was bist denn du für ein Vieh? Da stehen schon die Gegners. Oder? Ne, da sind gar keine Gegners. Das sind gar keine Gegners. Aber da ist was Großes. Was ganz Großes. Was episches. Komplett. Du bleibst hier. Dich will ich. Dich will ich. Verdammt. Komplettverstand. Hier her. Kann vielleicht irgendeiner das Vieh beschwimmen? Also sozusagen zum Kumpel machen. Gibt das? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Was ist denn? Du hast den. Du, 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 du. Ja. Kannst du das Vieh hier bedingsen? Einfangen. Die Fähigkeit.. Was ist das denn? war wort ist das denn was das was seit Jahren die Lippen um die Beinfahrt Prozent das heißt er hat er hat er war hier ist unter das bist du ein paar die restlichen machen Korte nicht hier Stammesführer bleibt wieder hier stehen. Sind das jetzt alles Kumpels oder was? Kommen die mir jetzt denn daher? Sobald ich irgendwas mache. Dorte kommen schon wieder... Ach ne, das sind Kumpels. Die bringen was. Die bringen was. Schön, 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 schön. So. So. Und wir haben es genau so. Wir sind gerade nötig. Ich hab doch gar nicht aufs Knöpfe gehabt. Das ist böse. Aha. Kommen sie wieder. Da kommen sie wieder. Da werden wir uns jetzt schon mal wachnen. Wunder das Garten. So, von wo kommen wir? Ja. Wunder. 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 Gut, dann geben wir uns einen Faker an. Die T-Shirt kann ja auch nicht. Meine Haustür. Die können ja auch nicht. Nix können die. So. Jetzt runter. Attack! Hahahaha. Die können ja gar nicht. So. Leute, jetzt gibt's aufs Pool. So. Down. So. Da kann man schon mal hier ein Kind rausquatschen. Slip. Noch eins geht ja nicht. Schade. Ja. Jetzt hier alles so weit zerleben. Zack. Hahahaha. Huch. 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 Das ist ein Plastik-Projekt, das du hier willst, oder was? Mach was! Die haben uns angebildet. Die Salben-Büßen-Safloh. Die Büßen-Safloh. Die haben uns angebildet. 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 schießen das will ich zack zapp zapp jetzt müssen die erst mal alle wieder heben können das ist ordentlich nach dem krieg ich schon oder ist ja ein ohrer unterwägs doch ein ohrer so so der komplette stammt los jetzt so dann tun sie sich mal alle mit den Äxten ausrüsten und dann wollen wir mal gucken ob man gegen das epische Fiendschonk oder ob man gnadenlos abkacken gegen das Viech so guck mal an die Seite er heilt sich noch und der letzte wo bist du so und ihr müsstet euch schon mal aus alle schön mit Scheinkeulen so alles schön ausrüsten so und jetzt gucken wir mal ob man gegen das epische Fiendschonk das haben siebenhundertpunkte neunhundertpunkte das ist nie ein Trapp und Attacke mal gucken ob wir das down kriegen das wär auch gelacht so 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 wir haben das epische Vieh besiegt so 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 noch ein Kind wir können erstmal alle wieder nach oben und dort ist das Größe Vieh Ich glaube, durch das bin ich auch schon einmal geschoben. Auch einmal geschoben. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Gucken, gucken, gucken. Ach, okay. Dauert mir zu lange. Gut. So, Hammer abgeschlossen. Wumm. Ach ne, hier erstmal. Gründung, bla 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 bla. Schließt Stammesfaser ab. Pfamm. Lacki, 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 Lacki.